Hallo hier da draußen, willkommen zurück zu Dead Island Riptide. So, wir sollen das Boot suchen. Sind hier irgendwelche Türen jetzt aufgegangen oder was? Ah! Hier müssen wir entlang. Was gibt's denn hier noch Schönes? So, im letzten Part haben wir hier einen Endgegner gehabt. Und der war richtig heftig. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir zum Boot kommen. Und ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen mehr Ruhe haben. Das war richtig stressig. Im letzten Part. Ich ball einfach mal ein bisschen in die Gegend rein. Ich hör was. Ich hab keine Granaten mehr, glaub ich, ne? Aber dafür ein paar Monatof-Cocktails. Auch gut. Wenne! Autsch! Ja, komm. Komm ums Eck. Schaffte nicht. Zu blöd, oder was? Er ist zu fett für die Tür, oder was? Nee, wirklich. Jetzt hör auf. Das ist ja gut, da kann ich ja schön da durchballern. Müssen wir jetzt mal warten, bis das Feuer weg ist. Fire in the hole. Ja, es gibt die Tür. Auch nicht schlecht. Er passt nicht durch. Zu fett! Ist das geil, oder? Vorsicht, ihr euch aus! Ja, die hätten die Türrahmen ein bisschen dicker bauen sollen. Nee, du kommst nicht rein. Kannst du doch mal vergessen. Oh, keine Miniz Combat. Hey, mi, 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 mi. Immer schön in den Kopf. Ein bisschen Geld hat da auch bei. Ei! Na? So, wo haben wir denn noch ein paar Waffen? Ich glaube, ich muss sie mal neu ausrüsten, langsam. Obwohl, wir haben ja noch ein paar drin. Okay. Was muss ich eigentlich jetzt hier machen? Ei! Hier lebt noch. Wo ist denn das Boot? Da unten! Da ist ein Boot! Da ist was. Da sind Wasserleichen. Schnell runter. Auf zum Boot. Ah, Boot! Wie komme ich jetzt hier raus? Ähm. Hallo? Ah! Na! Einfach über die Kisten und... Ey! Ich glaube, ich komme hier nicht. Doch. Kommen die Wasserleichen? Ich glaube, ich muss hier was suchen. Natürlich habe ich es geschafft. Ich habe es geschafft. Höh! Jetzt sind Sie positiv, dass sie tot ist? Sie hat mir alles erzählt, Arsch! Was erwartet ihr? Dass wir es in London oder New York testen? Komm her! Sei nicht naiv! Wir mussten Informationen bekommen, wie das Virus mutiert. Wie es sich entwickelt. Wenn es möglich ist, es zu kontrollieren. Und du kannst nur so viel davon machen, in der Land. Du hast dein entire Mind. Wir können uns über die Moralität der Situation später diskutieren. Für jetzt habe ich ein Schiff und ein Medikator-Team stehen. All der Equipment ist state-of-the-art. Und wenn wir auf dem Board, du hast meine Worte, dass wir alles tun, was es braucht, um dich zu behandeln. Ich brauche dich nicht, dass du aus dem Island bist. Ich weiß, dass du ein Mutagen bist. Ich kann es sehen, wie es heute ist. Du kannst es nicht kontrollieren. Du kannst es nicht stopieren. Wenn du eine Chance für ein normales Leben möchtest, musst du mit mir kommen. Ey shit, Sako! Du kannst es sehen! Ähm, soll da seine Drohung sein? Geh in das Boot, jawohl. Also das geht aber gar nicht, oder? Oh, wir können sogar eine schnelle Reise von hier machen. So, und jetzt? So, wenn du den Kutter startest, bedeutet das, dass du Pallamonai mit den Freunden für immer verlässt und diese Geschichte zu Ende ist. Wenn du noch etwas auf dieser Insel zu erledigen hast, ist das deine letzte Chance. Bist du bereit, die Insel zu verlassen? Jetzt, ja! Du kannst mir hier���ieren! Ihr fucking freakst! Gebe dir, du fucking freakst! Du wunschst! Du wunschst wunschst! Das ist ein Fenster! Du wunschst! Das war's. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020